Hallo liebe Vergaberechts-Enthusiasten. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Wochenende und können gesund und erholt in die neue Woche starten. Bevor uns der Vergaberechtsalltag wieder in seinen Beschlag nimmt, möchte ich mit Ihnen einen kurzen Rückblick auf die vergangene Woche werfen. Was war das Vergaberechts-Highlight? Aufgefallen sind mir diesmal zwei scheinbar gegensätzliche Entscheidungen. Beide beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen Vertrauen und Kontrolle, also dem elementaren Verhältnis zwischen Auftraggeber und Bieter bei der Bewerbung um einen öffentlichen Auftrag. Kurz zusammengefasst geht es um folgende Sachverhalte. Bei der Entscheidung der Vergabekammer Lüneburg am 18. Mai 2020 geht es um Tiefbauleistungen für die Errichtung eines Breitbandnetzes. Diese Tiefbauleistungen wurden EU-weit im offenen Verfahren ausgeschrieben. Das Angebot eines Newcomers wird vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, weil er die als Eignungskriterium geforderten Umsätze nicht nachweisen kann. In dem Nachprüfungsverfahren verwirft die Vergabekammer dieses Argument. Das wäre ein Thema für sich selbst und gibt für die Wiederholung des Vergabeverfahrens Hinweise, die die Eignungsprüfung auf Grundlage der von Bieter mitgeteilten Referenzen betreffen. Da geht es um die Frage, wann Referenzen vergleichbar sind und wie die Eignungsprüfung zu dokumentieren ist. Vor allem geht es aber um folgenden Satz in der Entscheidung. Der öffentliche Auftraggeber ist aber vor allem gehalten, den Referenzangaben bei jedem Bieter zumindest teilweise nachzugehen, sie zum Beispiel durch telefonische Nachfrage bei den Referenzauftraggebern zu überprüfen und Prüfung und Ergebnis in der Vergabeakte nachvollziehbar und hinreichend zu dokumentieren. Leider liefert die Vergabekammer für diese Auffassung keine Begründung. Sie stellt sie einfach so in den Raum. Darum wissen wir nicht, ob diese Meinung auf den konkreten Einzelfall bezogen ist oder ob die Vergabekammer dies als einen allgemeinen Grundsatz ansieht. Kurz darauf gab es einen zweiten Beschluss, bei dem es um einen anderen Aspekt des Vertrauens geht, nämlich die Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 29. Mai 2020. Europaweit ausgeschrieben war ein Rahmenvertrag für Entsorgungsdienstleistungen. In diesem Vergabeverfahren gab es Streit darüber, ob die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers, einem bestimmten Bieter als leistungsfähig anzusehen, noch von dem ihm zustehenden Beurteilungsspielraum gedeckt war. In dem Beschluss gibt es dann interessante Ausführungen zu Umfang und Grenzen des Beurteilungsspielraums. Aber es gibt auch einen eigenen Absatz zu der Frage, die uns hier interessiert, nämlich Vertrauen oder Prüfpflicht. Dort finden wir dann folgende Aussage. Der Auftraggeber war nicht verpflichtet zu überprüfen, ob der Bieter die mit dem Angebot verbindlich eingegangene Verpflichtung auch einhalten wird. Grundsätzlich darf sich der Auftraggeber ohne Überprüfung auf das Leistungsversprechen des Bieters verlassen. Wörtlich heißt es dann, lediglich wenn konkrete Tatsachen dieses Leistungsversprechen als nicht plausibel erscheinen lassen, hätte sie ihre Beurteilung überprüfen und effektiv verifizieren müssen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, es gibt bei Referenzen und Leistungsversprechen einen übergeordneten Gedanken. Wenn der Auftraggeber dem Leistungsversprechen für die spätere Vertragsausführung vertrauen darf, darf er erst recht den Angaben des Bieters vertrauen, dass er vergleichbare Leistungen in der Vergangenheit erbracht hat. Also müssen für die Frage Vertrauen oder Kontrolle von Referenzen und dem konkreten Leistungsversprechen der gleiche Maßstab gelten. Und diese Frage, welcher Maßstab gilt, würde ich gerne mit unserem Professor Vergaberecht diskutieren, den ich, wie könnte es anders sein, wieder einmal in seiner Vergaberechtsbibliothek erreiche. Guten Morgen, Professor Vergaberecht. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Für diesen Beitrag habe ich den Titel Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser gewählt. Zugegeben, etwas provokativ. Wie sehen Sie das denn? Wie viel Vertrauen darf sein? Wie viel Kontrolle ist im Vergabeverfahren notwendig? Guten Morgen, Herr Weihrauch. Ein wirklich interessantes Thema haben Sie dort aufgegriffen. Und die beiden so kurz nacheinander ergangenen Entscheidungen schreien ja geradezu danach, dass man sich etwas vertieft mit dieser Thematik beschäftigt. Ich teile Ihre Auffassung, dass es trotz der unterschiedlichen Sachverhalte um eine gemeinsame, übergeordnete Frage geht. Sowohl die Bewertung der Referenzen als auch die Bewertung des Leistungsversprechens sind ja eine in die Zukunft gerichtete Prognose. Der öffentliche Auftraggeber soll im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungsermessens prognostizieren, ob der Bieter in der Lage ist, die ausgeschriebene Leistung vertragsgerecht zu erfüllen. Und er fragt er einerseits den Bieter, ob diese eine vergleichbare Leistung schon einmal erbracht hat. Das sind die Referenzen. Und er schaut sich die Ausstattung des Bieters an, zum Beispiel mit Maschinen und Personal, die für die ausgeschriebene Leistung erforderlich sind. Das ist die Grundlage der Prognose dafür, ob der Bieter sein Leistungsversprechen auch tatsächlich einhalten kann. Und da stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit von Kontrolle, wie die Vergabe Kamerlüne Bergburg das hervorgehoben hat. Und meine Meinung ist, dass Kontrolle hier Not tut. Denn Papier ist geduldig. Es besteht doch die Gefahr, dass Bieter versuchen, sich auf dem Papier so gut wie möglich darzustellen, wenn nicht sogar falsche Angaben zu machen. Nur um zuerst einmal den Zuschlag zu erhalten. Und jede falsche Entscheidung benachteiligt einen anderen Bieter, der vielleicht ehrlicher ist. Darauf wollte ich ja gerade zu sprechen kommen. Lassen Sie mich doch erst einmal ausreden. Beschaffungsvorhaben sollen zeitnah beendet werden. Nicht nur, weil der öffentliche Auftraggeber die ausgeschriebene Leistung braucht, sondern insbesondere zum Schutz der Bieter. Wir haben Vorschriften in den Vergabeordnungen, die sagen, wie lange ein Bieter an sein Angebot gebunden werden darf. Die Bindefrist. Das sind zwar wachsweiche Regelungen, aber sie zeigen, dass auch im Vergabeverfahren der Beschleunigungsgrundsatz gilt. Und weil Beschaffungsvorhaben zeitnah beendet werden sollen, kann der öffentliche Auftraggeber auch nicht alles überprüfen. Denn dann würde sich die zusätzliche Frage nach der Überprüfungstiefe stellen. Wann reicht eine bloße Erkundigung? Und wann ist sogar die Einholung eines Gutachtens erforderlich, um sich bestätigen zu lassen, dass das, was der Bieter sagt, auch der Wahrheit entspricht? Als Standardprozedere sind Kontrollen also undenkbar. Es geht also nicht um ein Vertrauen wollen, sondern um ein Vertrauen müssen, allein aus Gründen der Praktikabilität. Trotzdem bleibe ich dabei, es muss eine Grenze geben, weil es sonst die Gefahr von Manipulationen und Ungleichbehandlung gibt. Das ist völlig richtig. Und ich kenne auch niemanden, der sich für ein blindes Vertrauen aussprechen würde. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat das auch erkannt und stellt durchaus strenge Anforderungen an das zulässige Vertrauen. Wenn es nämlich konkrete Tatsachen gibt, die das Leistungsversprechen als nicht plausibel erscheinen lassen, muss der Auftraggeber seine Beurteilung überprüfen. Und, das ist dann wirklich eine strenge Kontrolle, effektiv verifizieren. Verstehe. Und beim Oberlandesgericht Karlsruhe gab es solche Anknüpfungstatsachen dann nicht? Was könnten das denn für Tatsachen sein, die den Auftraggeber zu einer effektiven Kontrolle verpflichten? Ha! Zu diesem Punkt gibt es leider noch keine verlässliche Rechtsprechung. Gehen Sie aber mal davon aus, dass die Aufklärungs- und Kontrollpflicht früh beginnt. Einfach, weil sie dem Schutz des hohen Gutes, der Gleichbehandlung der Bieter und dem Wettbewerb dient. Sie erwähnten das hier bereits. Etwa dann, wenn der Auftraggeber sieht, dass ein Bieter auf seiner Homepage mit veralteten technischen Normen wirbt. Auch eigene Erfahrungen mit diesem Bieter oder seriöse, belastende Pressemitteilungen über ihn dürften solche Anknüpfungstatsachen sein. Andererseits geben Fake News oder die ins Blaue hinein erhobene Rüge eines Wettbewerbers also die bloße Behauptung, der kann das nicht. Keinen Anlass zu einer Aufklärung. Oder sogar zu einer Kontrolle. Denken Sie immer daran, dass ein Bieter die für die Leistungsausführung erforderlichen Maschinen oder Mitbewerber erst zum Leistungsbeginn zur Verfügung haben muss. Er kann also zwischen Angebotsabgabe und Leistungsbeginn in die Ereignung hineinwachsen, wenn er dem Auftraggeber den Weg dahin plausibel dargelegt hat. Professor Vergaberecht, Sie erwähnten gerade, dass der Auftraggeber aufklären oder kontrollieren muss, wenn Anknüpfungstatsachen vorliegen. Aber das bloße Aufklären ist doch dann sicherlich zu wenig. Ja, ja, ja. Auch wenn Sie glauben, mich beim Fehler erwischt zu haben, muss ich Sie enttäuschen. Ich habe nur die Begriffe verwendet, die die Vergabekammer des Bundes benutzt. Dort wird nämlich von Aufklärung gesprochen, während das Oberlandesgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Karlsruhe von Überprüfung sprechen. Aber alle meinen dasselbe. Gemeint ist immer eine Kontrolle. Wobei auch einheitliche Meinung ist, dass der öffentliche Auftraggeber in der Wahl der Überprüfungsmittel frei ist. Das gewählte Mittel zur Überprüfung muss nur geeignet sein und die Mittelauswahl muss frei von sachwidrigen Erwägungen getroffen werden. Das ist das, was das Oberlandesgericht Düsseldorf ausdrücklich verlangt und das Oberlandesgericht Karlsruhe wohl unter effektiver Verifizierung versteht. Ich stimme diesen beiden Auffassungen zu. Herzlichen Dank bis hierhin, verehrter Professor Vergaberecht. Ich fühle mich in meiner Auffassung bestätigt, dass Kontrolle gut ist, dass sie manchmal sogar sein muss. Die Formulierung der Vergabekammer Lüneburg lässt sich zwar nicht verallgemeinern. Ein blindes Vertrauen auf die Aussage des Bieters gibt es aber trotzdem nicht. Für die Praxis nehme ich mit, dass immer dann, wenn der Auftraggeber Zweifel hat, er zur Aufklärung verpflichtet ist und eine Plausibilitätskontrolle durchführen muss. Mindestens. Und dann, wenn sogar Anknüpfungstatsachen vorhanden sind, die Zweifel an der Eignung des Bieters oder Zweifel an seinem Leistungsversprechen begründen, muss der Auftraggeber mit geeigneten und wirkefreien Mitteln eine effektive Überprüfung durchführen. Gerne, gerne. Es hat wieder einmal Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Ihre Zusammenfassung dieses Themas ist für die Praxis durchaus tauglich. Guter Mann, der war ja auch. So, liebe Vergaberechtsenthusiasten, das war es für diese Woche. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren und wenn Sie möchten, sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Highlight der Woche.